So, guten Tag, ähm, ich weiß nicht ob ihr es wisst, aber diese Aufnahme kommt verkackt verspätet und zwar sollte die jetzt am 27. müsste die eigentlich online gehen, verspätet für den Donnerstag. Eigentlich sollte die Aufnahme von der Boy and the Flamer früher hochgehen und zwar am 24. Aber leider kommt diese zu spät, denn es war Weihnachten, ich konnte nicht mehr schneiden und hochladen, hatte auch abends dann nicht mehr die Zeit dazu und, ja, ich dachte mir dann dementsprechend, ja, sag ich euch das mal eben jetzt, aber noch dazu, der Boy ist in dieser Aufnahme nicht dabei, ich hab's zwar schon gesagt, aber ich erwähne es lieber nochmal, hab aber einen Satz dafür dabei, also, lass euch schön überraschen. Ja, und, keine Ahnung, was kann ich noch dazu sagen, nicht eigentlich. Joa, dann viel Spaß beim Video und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von mir wieder und hier kommt das Intro. Moin moin, hallo, hier ist der Flamer von Chaos Club. Heute haben wir Weihnachten und ich habe mein neues Mikrofon endlich und ich bin glücklich damit. So, wir sind bei einer Aufnahme, der Boy und der Flamer am Start, aber leider heute ohne den Boy. Dafür haben wir den Dreams dabei, alias, ich hab deinen Namen, Lars. So, ähm, was du übrigens auch noch wissen solltest, Lars, ist, ich heiße Luis, das hab ich dir vergessen zu sagen. Das stimmt. Ja, so, das hatte ich vor dir zu sagen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt auch ein bisschen einen besseren Aufnahmesound. Ähm, ich hoffe, er ist laut genug. Wenn nicht, tut es mir, aber ja, er ist halt zum Ersatz für den lieben Hannes da, denn dieser ist heute unterwegs und hat leider keine Zeit zum Aufnehmen, aber ich muss heute aufnehmen, deswegen, ja, das Video wird auch heute Abend noch hochgeladen, deswegen chillt eure Nüsse, gönnt es euch, keine Ahnung. Es wird ein bisschen spät sein, das Video, aber es wird sich hoffentlich lohnen, weil je nachdem könnte das auch chillig werden. So, ihr seht, ich hab einen Downrank zwischen schon zwei Downranks bekommen, von Legendary Eagle auf, ähm, wie heißt es, auf, ähm, Masegan Elite und mein Spiel ist inzwischen auf Englisch. Och ne. Warte, ist. Du drückst jetzt nicht mehr so schön, oder wie? Ne, 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 warte, wenn das, ich gucke in den Gegner, bei Zweierklasse, ein, random. Ja, ah, und Leute, es kann sein, dass mein, dass man zufällig bei mir alles hört, das heißt, auch wenn ich mit meiner Maus über den, über meinen Mausbett rotze und, 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 das heißt auch meine Tastatur, alles, ihr werdet alles hören, also. Ja, so auf, Digga, ich cheat noch. Du cheatest noch perfekt. Nicht, idinachui. Ich dachte, das wäre jetzt ein anderer, Alter. Ne, ne. So, hello, guys, ähm, äh, what's your Languages? Autsch. Ich will, warte mal, ich hole jetzt auch meine Digga raus. Nein. Mako Sumatia, Anna und Walen. Also Anna ist schon fast so ein richtiger deutscher Name, aber kann doch amerikanisch sein für Anna. Ja, okay, komm, lutsch mir doch einen. Ja, dann. Ach, dieser, oh, keep simply. Ja, ich denke, das ist ein deutscher Name. Achso, Anna. Ja, ja. Anna, also Anna könnte ein deutscher Name sein. Ich finde, ich finde. Call any in-game? Ähm, your. Oh, oh, oh. Ach, Herr Woll, schon wieder so, mate. Hello. Äh, can you speak? Guys? Hello? Ja, woll. Ne, den. Ne, das. Ich bin nicht am Herbot zu reden. Ne, also, so, wenn du nicht mehr so schnell sprechen willst, dann ist vielleicht... maybe du's von der ersten Runde, Anna. Ja. Danke. For this fucking round. So, Leute, ist schon richtig geil, Mates, so haben die nicht Regen. Ja, ich bin da rein. Ja, lass mal Rampeln, lass mal Rampeln. Ach, nee, Mann. Ja, das ist nie go. Ich smoke mal, oh fuck. Ich smoke mal hier die Ecke, damit da keiner gleich... Ey, lol, die smoke war jetzt aber, glaub ich, nicht von mir. Ah, das ist aber ne geile One-Way-Smoke, find ich. Ah, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns? Ja, ist ja ne Chill-Chill, aber... Boah, oh, alter, alter, da kommen mir die Schüsse entgegen. Ey, warte, komm mal weg, den Rampeln, komm mal weg, den Rampeln. Oh, je, nö, ich bin tot, alter. Ey, ich hab dem nur 32 gegeben, das ist doch lächerlich. Boah, ich trinke erst mal einen Schluck. Ja. Aber du hast dir erst mal meine Glocke gewählt, oder? Ja, das geht halt. Ja. Ich bin so Skin-Spieler. Ich auch, ich kann, also ohne Skins, geht nicht so gut rein wie mit, ne? Ja, das ist echt so. Das ist, das ist wunderlich, muss ich ehrlich sagen. So, aber irgendwas stimmt hier wieder mit meinem Mausband nicht, das liegt falsch. So, vielleicht? Keine Ahnung. Ah, fuck. Schade, schade. Da, das Aim von denen ist schon wieder Krebs. Guck mal, das ist richtig Krebs. Ah, egal, wir haben Geld wegen Plant. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, wenn ich Null habe. Null von Null, alter, Null. Einfach Null. Jaj. Lächerlich. Einfach lächerlich. So. Ja, ich mach keine voll, ich mach Degel-Eco. Mach auch mal voll. Ah, ne, man. Degel-Eco. Degel-Eco, hallo. So, aber dafür gehe ich outside wegen Degel, weil je nachdem, wenn da ein Scout ist, kann ich mir die Scouts necken, wenn ich treffe. Kommt drauf an, ob ich treffe. Soll ich mir vielleicht meine Brille anziehen? Wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Naja, wäre nicht eine schlechte Idee. Ja. Ah, da ist ein Degel-Eco. Ja, ja, also hab meine Brille. So, sorry fürs Kuchen zu stehen hier. So, vielleicht treffe ich ja jetzt wieder besser. Aber das habe ich... Oh, mein Bunnyhop ist wieder ekelhaft schlecht. Ja, einer hat Anti-Eco gemacht. Richtig schön. Links. Los. Decke hinten ein bisschen. Runter. Dass schon alle Gegner sind. Garage, einer, garage. Hey, Leute. One's garage, one's garage. Ich bin outside, aber ich habe das Problem, ich habe hier irgendwo einen Gegner. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der ist. Okay. Main ist einer neben Main. Ist da hinter mir einer? Nee, oder? Doch, hinter mir. Boah. Warum höre ich hinter mir was? Ich habe Soundbugs. Lol. Krass. Ja, ich habe mir einen L4-1-S. Juli? Hm? 4M4-1-S. L4-1-S? Ja. Klar. Willst du eine AK? Ich habe Skin. Ich habe selber Geld. Also ich habe 4,9. Ich gebe dir aber mit Skin. Warte mal. Hau die Skin rüber. Warte rüber. Oh, mein Lieblings-Skin, okay? Passt. Und dann gibt dir den Namen, Alter. Das passt. Das ist der beste Name für diese AK. Ja, ich weiß. Aber der ist immer drauf. Aber der ist immer drauf. Der war für immer. Nee, nicht wirklich. Ich kenne voll wenige, die den Namen haben. Ich habe, beziehungsweise, ich habe noch nie einen gesehen, außer mir. Echt? Ich habe viele. Help mir melden. No, sorry, you are rushing and don't say anything. Thank you, guy. No calls, no help. So, just that you know that. Das hört sich an wie Dings, ähm, wie heißt der. So ein übel berühmter YouTuber, aber ein Englischer. Echt? Sparkles, oder wer? Nee, nee, nee. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott, ich habe sieben abgeholt. Gar nicht. Ah, ja, ja. Ich war mit diesen No Balls, no. No Balls, no Balls, what? Ja, ja. Ja, ich kenne den aber nicht, also. Das war, harter Zufall. Echt? Ja, kann auch sein, dass das einer von den Hunden sind von Mates war. Was denn, wer ist da wirklich? Ich habe so einen Jock, das habe ich nie. Ach du, Crap. Ey, komm, Alter, du scheiß Anti-Mates. Lass mich hin. Ich bin wieder Arbe. Ich meine aber nicht dich, ja. Ich meine aber diesen Hunden sind da. Mein, das ist, mein, mein. Ich gehöre sowas von anscheinend inzwischen auf diese Ede. Das ist so peinlich. Warum? Keine Ahnung, ich spiele momentan. Ich spiele einfach inzwischen schlechter als schlecht. Das ist einfach schon lächerlich. Bei mir ist es manchmal auch so. Bei mir ist es Tage, weiß was. Ich meine, ich habe Tage, ey. Dann fick ich einen Global. Ja, ich habe, hatte ich auch. Ich bin an so einem Tag mal in ein CSGO-Team gekommen. Die haben alle gedacht, ich hacke. Also das Komplette CSGO-Team. Ich sehe nix, ich sehe nix. Ja, ja, ich habe auch. Warte, rechte Seite, rechte Seite. Ja, ja, rechte Seite. Und oben auf Heaven. Oben auf Heaven auch. Auf Heaven, okay. No. Kannst du das bitte? Nein, stopp das. Ich will aber nicht rausgehen, weil er aufs rechte Seite uns pusht. Ja. Ach, warte mal, ich geh mal raus. Kannst du da mal einen Blick haben? Ja, gut. Heaven ist gerade clear. So, ich geh mal. Nee, nee, komm. Ich komme wieder zurück. Schnuppe, schnuppe, chill. Oh, lol. Der hat noch, boah, 54. Aber ich meine, ey, weißt du, was das Problem ist, wenn der... Was jetzt war, aber... Mein Gott, Alter, ich bin da ja druntergegangen mit nur ner A, wo doch... Ich krieg auf einmal dieses Messer. Komm, mate. Mann, ich bin gerade ein bisschen genervt, echt. Dass die sowas... Ey, ohne Witz. Das war jetzt ein bisschen scheiße von denen. Ich hab einfach gemoved, ich hab's gar nicht gerafft. Ja, ich denke mir nur so, okay. Lass mir doch einen. Wurdest du einfach einen Channel weiter nach unten gemoved. Wahrscheinlich vielleicht war's was wir sehen oder so. What I'm... I don't understand you. Sorry. Ja, aber spricht Englisch, ey? Ja, keine Ahnung. Ich hab nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Weil er genuschelt hat oder so. Ja, der wollte den Rush haben. Was für ein Russian? Das hab ich auch gehört. Aber ich hab irgendwie Russian oder so verstanden. Also Russian. Sprache. Ja, ich hör's nochmal. Da wollte er irgendwo in Russian. Russian. Mein Gott, das hört sich trotzdem gleich an. Ja, ist es halt. Deswegen ja. What? Anna, you... I can't understand you. Cause... Your English isn't that good. Sorry. Ich bin auch... Ah, ich hab was auf Eisensteppen hören. Und irgendwo bei der Tür ist was. Oh nein, es ist so krebs, wie er rausgepusht kommt und mich auch noch weg macht. Weil ich einfach... Es ging nichts in ihn rein. Es ging halt nichts in ihn rein. Das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Ich hab vergessen, was krebs auf Englisch heißt. Krebs. Krebs. Ich versuch nochmal mit Dagger was zu reißen. Ich versuch nochmal was mit Diegel was zu reißen. Was mit Diegel was zu reißen. Alter, Vater, mein Deutsch ist heute einfach krebs. Ah, Diegel ist komisch, Alter. Manchmal hast du echt... Hallo. Hallo. Nein, Mann, das versuch ich jetzt recht nicht. Das habe ich schon so oft geschafft. Ich verstehe nur nicht, warum es jetzt nicht klappt. Was ist denn los mit dem Jungen? Alter, was hat denn der für ein Profilbild? Leute. Ah, die ist klar, die leckt halt Geld. Ich sag mal nix. So, ich muss mal ganz kurz mit dem Mikro anders hin machen. So. One behind. Der redet halt, als hätte der einen Stock im Arsch. Oh Gott, bitte leise. Jo. Auf A. A, denkst du? Hört sich stark so an. Wo ist einer? Nee, ich glaube nicht. Ja doch. Hä? Hinter dir auch. War doch richtig. Ah, der war hinter mir. Nein, Mann. Da waren aber zwei, du hast in einem dir auch gesehen. Ja, oben war einer. Häh, lol. Was so lach, Mann. Von an advantage, we left. Oh, richtig lach. Ich hab ein Termin, aber ich dachte, er wäre oben und helf mir hinter mir. Aber er ist nicht, äh, äh, still on the ladder. Er ist, right bang, you're going above. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich gerade gesagt habe, ganz ehrlich. Ich hab irgendwie abbaft, das heißt hoch. Yes. Yes. So, you look, äh, Now, when you don't call something, you get no fucking help. Oh. Hey, geakan jetzt gleich nào. Ich will mir jetzt gleich eine A wäre. die das ist ein Name der I don't understand your language when you say something like these the fuck sie sing um die Wettbewerbs und die Beklebs und die Nachwuchs eckert ohne Witz die Klamm wenn ich nur Seif ein Gegner holen kann kommen sind Matilda erst mal ein inten kann ich nicht geben als die Welt kann also kann sich gut Naja, nicht wirklich. Outside ist aber was da gesehen. Okay, dann nicht. Dann frisst halt nichts. Da war er doch. Teilt immer noch was? Ich weiß nicht. Ich höre irgendwas. Deswegen. Ah, nee. Das wird auch nicht. Willst du vielleicht Gm4? Gabe holen? Ja, ja. Oh, nicht ohne Kevlar. Natürlich. Ach komm, Alter. Ich bin sogar zu inkompetent, um die Granaten zu holen. Hier ist die rechte Seite. Komm mal, komm mal, komm mal. Ja, ja, mach ich. Ich hab das gleich geworfen. Kannst du mal versuchen, den zu picken. Ich glaube rechts, neben dem Red Container. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe eigentlich gesehen, dass gerade in Locker reingegangen. Also in Under Heaven. Ah, der ist rampt, der Letzte. Der Witz ist, dafür, dass die nicht mit uns reden, machen die die ganzen Kills. Ich meine, okay. Ist wie eine Entschuldigung dafür, dass die nicht reden. Also zumindest noch nicht mal unsere Sprache. Ich habe es echt mit Supremes aufgenommen. Ja, ich habe auch vor zwei Wochen noch, also es ist inzwischen zwei Wochen her, da habe ich es auch noch mit Supremes, mit Globales sogar schon aufgenommen. Und zwar habe ich mit einem Supremes, mit mehreren Supremes schon gespielt. Die haben so kacke gespielt, in meinen Augen. Also, ich habe noch nie einen richtig guten Supremes gesehen. Doch. Mein Kollege. Also wenn du so eine Scheiße mein Kollege ist, weißt du, was hat es Gott? Was? Mein Kollege hat nur einen fucking Pro Player zerstört. Es war kein großer Pro Player, aber er hat in einem Pro Team gespielt. Weißt du denn, in welchem Team? Nee. Wo ist der denn? In diesen Dingern. Oh, von Secret kommt was, von Secret kommt was. Echt mal bitte ruhig. Da links kommt was. Das Problem ist, ich weiß, wo der ist, der Nummer 1. Der ist da rechts. Wahrscheinlich bei... Red Minus 80. Was? Siehst du? Auch einer. Ja. Warum lässt er sich die Bombe bei mir? Ey, ich tue dich nicht mit an. Alter, der hat meine Eier gerettet. Ah, der letzte, der ist in Blu-Hot. Okay, ich kann ihn holen, er ist behindigend. Ich denke, auf der rechten Seite. Oh, der in der Mitte. Alles klar, im Laufen. Das macht man wohl nur, wenn man es eilig hat. Noch nie vorher gesehen. Krass. Einfach mal dran vorbeilaufen und drücken. Mal schauen, ob man trifft. Voll mit einer... Erstmal auf. Alter. Hier riecht es nach Gras wie Hurensohn. Boah. Wieso abends? Wieso geht das nicht tagsüber? Dann fuck das hier nicht so krass ab. Boah. Gut luck beim Schlafen, Alter. Was ich einhörne. Nach, äh... Das rauchbarem Gras. Also nach Weed. Autsch. Ey, lol. Ich hab den eingetroffen. 40. Also 60 noch. Was denn? Ja, ich hab auch gerade eben einen Lucky Headshot getroffen. Obwohl, ich weiß es nicht. Mann, ich hab keinen AIM. Guck mal, und das ist das Ding, das regt mich immer so ab. Ich weiß, dass ich richtig gut bin. Aber wenn ich das treffe, ey. Blimmer als alles andere. Ja, das ist immer... Man hat schlechte Tage, man hat gute Tage. Das ist voll normal. In dem Game gerade eben war das ein... Perfekter Tag. Ja, und jetzt auf einmal ist es zum Schlechten geworden. Ja, mindestens. Ich weiß nicht, ob das... Welcher Tag definierbar dafür ist. Your mate's gonna be... Wallen. Für einen E-Mann hab ich 2-7. Hab ihn nie gesehen. Okay, ähm... Lila kann eindeutig kein... Narbe spielen. Eindeutig zweideutig. Das wird noch was. Also, drin. Nice. Keine Ahnung. LOL. Hä? Das geht? Was ist, wann geht das denn? Hab ich nie vorher gesehen. Dann red nicht mit mir. Was? Red nicht mit mir. Doch, ich red doch mit dir. Achso. Ja, ich bin gerade ein bisschen geflecht. Die haben die Leiche durch diesen Zaun bei B. Einfach durchge... Keine Ahnung. Äh, wie geht das? Da unten liegen auch Leichen drinnen, ne? Echt? Oh, äh... Es gibt vier Container da unten, meine ich. Und da unten liegen die Leichen drinnen. Krass. Irgendwie creepy. Irgendwie creepy. Auch noch nie gehört. Das erste Mal, dass ich sowas höre. Ist ja wie ein... Ist ja wie ein Easter Egg, sozusagen. Okay, ich glaube, mein Mate ist... Ich glaube, mein Mate ist ein bisschen Mate. Wie hat denn... Wie ist die Sendung nochmal bei euch? Äh, der Boy und der Flamer. Der Boy und der Flamer, ne? Du bist der Boy, ich bin der Flamer. Kannst du vorhin ganz vergessen, ich bin der Flamer. Und jetzt hab ich ein Mikrofon zum Flamen. Ja, oh, Alter! Nein, Gott. Nein. Kurensohn. Ja? Kurensohn. Ja. Das Ding ist, wenn meine Mom nicht da ist, ist es unglaublich wie schreien. Ja, wenn ich alleine zu Hause wäre und mein Opa nicht noch da wäre, dann... ...würde ich auch schreien wie eine Missgeburt. So, da war der One Click. Da war der One Click. Kommt noch einer? Oh, ja. So, guck mal, da ist der Erste. Und noch einer? Da fliegt die Leiche. So, AIM sitzt wieder. Hallo! Bond Geeks. So, hol ich mir mal hier eine Waffe, hab ich gehört. Joa, P90 geht klar. Oh. Ich hab einen P90 gefunden. So, die sieht minimal aus. Da vorne ist ein bisschen zerkratzt. Ja, ist minimal. Alter. Ey, hast du mal einen Tech-9 in Real Life gesehen, Alter? Ja, aber in Real Life ist das eine Maschinenpistole. Das ist so krank. Ja? Ja, okay, das ist vollautomatisch. Ja, meine ich ja. Vollautomatisch. Ja, stimmt, das war ja gar keine Flash. Autsch. Autsch. What? Hä, Digga, ich hatte voll Kevlar. Ich hab schon D-Book mehr, Alter. Ey, wie lächerlich ist das, Alter? Ich hatte voll Kevlar, der gibt mir One Kick mit einer P2000. Hä? Krank. Äh, on the catwalk. Warte mal. Mal gucken, wo bist du denn? Atomstod. Woll, genauso wie ich. Wir sind immer die Ersten, die sterben. Hä? Ich bin immer der Erste, das ist ganz schön. Na, man möchte das mal abwechseln. Hält, wenn ich bin der Letzte oder der Erste? Wieso? Hm. Hm, 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 hm. Ah, na, 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 na. Oh, scheiße, ich glaub, der One Cheat. Na, jetzt hab mal auf Ernst. Jaja. Der sch, der spielt zwar. Nein, aber der Aim, der weiß, der Aimbrugkirkt immer so, wenn er oben drauf ist. Ja, der Shaked, der Shaked, das ist komisch. Wenn, wenn, wenn er, wenn er hackt, dann hat er seinen Aimer nicht richtig eingestellt. Das ist es. Also, also, ja, weil ein Kollege von mir, der hat Hacks und der hat gesagt, wenn du, wenn du sofort ein Matchmaking gehst, wenn du Hacks holst und du hast es nicht richtig eingestellt, dann shake deinen Aimer richtig geklappt. Und dann sieht man das auch richtig, dass er shaked. Den, den, also auch, dass er hackt, in dem, in dem Falle. Du hast, hast du den, hast du den ja voll Flech geholt? Äh, nicht ganz voll. Schön. Digga, ich hab eben Sprung geholt. Naja, ich hab's gesehen, schön. Äh. Ich meine, Outzer hätte ich noch einen gesehen, ich bin mir nicht sicher, pass auf. Aber gar nicht aufgepasst unter dem Motto, weißt du, ich mein? Naja. Das ist diese Brain, Brain-Av-Car-Ding, das ist voll geil, das hatte ich auch schon voll oft. Das ist voll unnötig, dass du das jetzt nade, aber scheiß drauf. Habt ihr eine Nade, ach, die Nade kam von dir? Ja, ja, das war meine, die hast du ordentlich gefuttert, wa? Räh, das fand ich auch weh. Ah, sorry. Ja, Props. Props, nur Props, nur Problems sind. Ja, aber du hast schon recht, Wallen spielt komisch, also sein Aim ist merkwürdig. Vor allem, dass er meistens sogar noch trifft, Head oder sonst was. Also ich glaube, er kommt noch nicht so ganz auf seinen eigenen Aimer klar. Also dementsprechend auf das Aim von ihm. Ja. Also rein theoretisch von ihm. War der, wo ist denn der? Auf Catwalk, obendrauf. Das ist dieses Geländer da oben. Das ist so ein Weg. Alter, der hat mich voll in die Zangen genommen. Alter, was ist los mit dem? 79,1? Nee, Mann, Alter, der kann mir doch direkt ein Blumern kommen. Kannst du mich direkt nach Hause besuchen, komm, Alter, und meinen Schwanz in den Mund nehmen, bis du stirbst. Ja, 79,9. Ich gebe mich trotzdem Headshot. Ja, ja, bei mir aber immer so. Du hättest Körper treffen können, Alter, und der wär tot gewesen. Ohne Witz, der kann mich besuchen kommen, Digga, und da war mein Dick so tief in den Mund nehmen, bis er kotzt. Richtig unwohren Sohn. Richtig dreckiger. Richtig dreckiger Bastard. Ey, komm mal, komm mal. Erstmal hier einsperren. Gut, Olaf. Erstmal Caps, richtig geil. Caps, 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 der beste Freund des Game Awards. Ich bin jetzt ein richtiger Deutscher. Sorry, der beste Freund. Als erster. Ja, Alter, das ist entweder ein Deutscher oder ein Russe, das kannst du ja aussuchen. Russen sind auch immer so, genauso wie die deutschen Kiddies. Also richtige Kiddies, Alter, boah. Gut, luck, have fun. Ist dir den... Ist dir den... Die Rampe? Jo, ich gehe outside, I go outside, I go outside. Niemand kann take my spot, because I'm the mob. Gar nix. Aber Coco. Was? Man versteht nix. Aber Coco. Juckt mich nicht. Okay. Gehen wahrscheinlich alle outside. Ja, ja. Nice, ein. Ach, du meldet dich. Bock mich. Heißt, du liebst halt echt immer noch. 22 HP noch. Ich hab den letztes Secret schon runter. Digga. Der hat dann... Als ob der jetzt so geklautert. Digga, wenn der wirklich ein Aamer hat. Alter, ich hab grad Boden aim of doom gehabt. Ohne hat Weifert über den Krieg geklautert. Ich hab die ganzen anderen schon gemutet, heisse. Weil die einfach irgendeine Sprache gesprochen haben. Keine Ahnung, was ihr labert haben. Alle gemutet. Na, ich auch. Bis auf dich. Weil je nachdem. Ich hab immer das Problem manchmal. Würde passieren, dass sowas wie eben. Dass du einfach rausgemoved wirst. So, dann kann ich halt trotzdem noch mit dir reden. Deswegen müde ich allgemein die Leute. Auch die ich... Meine Mates. Müde ich im allgemeinen auch nie. Eine outside. Meinen Garten ist so. Mates mit mach ich auch nie, aber... So halt. Keine Ahnung. Ja, ja. Hä, warum treff ich den denn nicht? Ich hab schon 20 Mal auf den Typen geschossen. Da geht nichts rein. 78 in 2. Ey, Digga, Wallen... Ey, Digga, du kannst sagen, was du willst. Wallen hat echt einen schlechten Aamer. Also, wenn er hackt, richtig schlechter Aamer. Sorry, aber der shaked so ekelhaft. Hä, was aimt der denn ab? Wut? Warum war er denn? Ja, okay. Hä, wurde das auf der Map angezeigt oder so? Wo war'n der jetzt? Keine Ahnung. Der kleine Geier. An der hintersten Ecke. So. Also, diese Runde davor, die war richtig veraimt. Also, das war... Hab ich richtig gesackt gerade. Hauptsache, ich hab letztens ein Deathmatch gemacht. Nur mit Digga. Ich war irgendwie Erster die ganze Zeit. Er hat nur, nur Digga-Bohen-Klicks. Und ich wurde bestimmt von dem halben Gegner-Team als Hacker bezeichnet. Ja, das ist... Richtig krank. Aber ich mach... Alles halt echt. Ich hab... Mach Double. Mann, ich mach Double-Kill und den letzten Tag hebe ich alle, alle Rampe, alle Rampe. Brauchst gar nicht mehr Zeit gucken, alle Rampe. Dann geh' ich schon mal B. Ich schau' dir zu, come on. Bei. Das war der Mate. Ja. Nice. Der wird hier unten sein. Hä? Oben bei Rampe. Ich hab' den nicht gesehen. Hä? Wauw. Ja. Das ist Skill 90. Ah, nee. Ist klar. Ja, fuck. Ich hab mir eine M4 gekauft. Willst du hier? Nimm mal die M4. Ja, okay. Nimm ich mir jetzt. Ich muss gleich mal meine M4 wieder auspacken. Weil es wird Zeit für den High One Biceps. Also den Stat-Track High One Biceps, sagen wir mal so. Wollen wir noch Zeit. Meine Silo. Okay. Dann Bombe. Silo hat mich direkt weggefrackt, Alter. Und ich war auf seinem Kopf drauf. Scheiß, 64 Ticks, aber. So lächerlich. Das hab' ich echt noch nie gesehen. Ich lecke. Nein. Achso, ich dachte, ich lecke. Ja, du Scheiß. Ich hab' nicht mehr Aim auf den. Ich glaube irgendwie, dass auch Deutsche von den Deutschen sind. Ach. Dass die Gegner auch einen Deutschen haben. So den einen oder anderen. Deklern oder wie hoch mit heißen da. Ja, ja. Da war der Klick. Genau so wollen wir es sehen. Digger. Digger, Mann, ich hab' die Waffe nicht. Was für ne Waffe. Ich hab' 7. Boah, Scheiße. Wir mussten ein bisschen weiter nach unten sprayen mit der. Nice. Ich war für ein Machschuss rein. Ich war nicht mal auf Kopf drauf, ich war auf Fuß drauf. Was, ich war auf Buddy. LOL. Das, das, der war jetzt epic, der Klick. Das war'n so'n Verzweiflungsklick, Alter. Direkt noch einen Schluck dafür trinken, ey. So. Sweets. Die hat gern' den Symbolen dazu geguckt, weil dann... Also, beziehungsweise, ich hab' nicht richtig hingeguckt. Oh, Leute, jetzt hab' ich mir ne Scout gekauft. Fuuuck. Egal, die geredet, hallo. Ich gleich noch mal nie. Ey, das ist so fucking widerlich. Ja. Aber ich hab' Ausrede, erstes Game. Auch bei mir also, von daher. Aber wenigstens ist mein Score positiv. Aber das ist immer meine Ausrede. Das Ding ist, danach geht's halt meistens echt. Ist aber wirklich so, weil dann, weil dann hat man sich wirklich ein bisschen... Ich find' wirklich... Ich hab' 9 AP, der Typ hat alles an. Oh, Digga, Rapp, es kommt noch einer. Nämlich jetzt hier Free Fight, Alter. Ich geh' alles verkaufen. Alles? Alles. Also, vertickst du dann nicht einfach irgendwas an mich? Hey, da, ja. Hey, 12 Euro. Alles. Gib mir einfach, gib einfach Rapp, hallo. Am besten von deinem Main. Was? Am besten von meinem Main. Ach, von deinem Main. What? Wo haben die geplantet? Die kleinen. Geh auf B, auf B. Ich hab' gesehen, wo sich einer hin versteckt hat. Hä? Der ist ja nicht mehr. Hallo? So, meiner. Du Hurensohn. Das ist vergessen. Ihr seid schon weit genug oben. Fuck. Lol. Wollt ihr AK haben? Wollt ihr AK haben. Du hast ja so... Okay. Machen wir mal. Ich stoppe dir meine Scout. Dann ist er glücklich. No. Ah, okay. Wait, uh, Blue, I can't drop you an M4A1, but okay. Oh, no. So, we don't want it, so you can suck my balls. Ah, das ist klar. Er rotzt seinen eigenen Main weg. Hallo? Oh, anfangen, Alter. Das ist das Beste. So, einer down. Das war ein schöner Entry-Frag, Alter. Wenn das Entry war, ich weiß es nicht. Oh, müsste eigentlich. Müsste. Vielleicht. Ich bin nämlich gerade gelandet. Bam. Direkt ein Klick in die Fresse. Hoppala, von wo kam der Schuss denn? Empty ist einfach, einfach schraken. Ja, ja gut, dann war es doch. Mal, wenn man den Teamkill mal ab... Äh, absieht. Außer dein Schuss Teamkill und Entry schrakes. Man, weiß ja nie. Ich meine, das ist der erste Kill der Runde. Okay, habe ich gesehen, er ist ein Lobby. Was ist Lobby? Last Lobby, Last Lobby. Near Lobby. I don't know. Maybe he's going to ramp already. I'm not sure. Is he going? Is he going outside? Oder in welcher Platz? Ja, ja, outside. Okay, du musst nicht selbst callen. Inge, hör mal auf, für Inge zu callen, Mann. Das geht nicht. Hehehehehehe. Das war... Hehehehehehe. Ja, der kommt vor... Jetzt kommt jetzt zu dir von unten. Tschüss! Du Horensohn. Du kleiner, dreckiger Horensohn. Hallo. Willst du was haben? M4A1? A1. R1. A2. Ah, dann kann ich die doch vielleicht rüber schmeißen, also! Wie ist die denn? Da! Am. Ah, dann habe ich jetzt schon 2 AWPs von hier drin. Am. Vielleicht noch ein paar Nades holen, übrigens. Ah ja! Ah, direkt mal kurz an den Beinen kratzen! Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hä? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Kann ich hier gerne droppen wenn du willst, aber es hilft dir wehtun Nein, ich hab's Wadawara, jetzt hab ich aber nicht schnell genug gezogen Ist down Boah, Digga, ich reagiere einfach viel zu langsam Jetzt nicht Nicht mit mir, mein Freund AFK, als Fan, Alter Doch, kann ich mir vorstellen Alter, nicht bangen Mal gucken, ist endlich wieder mein Uprank auf DMG zurück? Zumindest schonmal, nein ist es nicht Das ist so lächerlich Ja gut, okay, guck mal wo ich stehe Wo ich stehe? Ich brauch aber eigentlich keine Upranks mehr Ja stimmt doch, stimmt doch wieder Also Leute, ich hoffe euch hat die Weihnachtsaufnahme gefallen Ich hoffe der Sound war nicht zu scheiße oder zu laut Ich weiß es nicht So, wie gesagt, ich hoffe euch hat die Aufnahme gefallen Auch wenn es heute leider ohne den Boy ist Aber dafür, wie gesagt, der Ersatz hat es auch das Gute getan Fand ich eigentlich sehr angenehm Hoffentlich Ja, auf jeden Fall nochmal danke dafür Ja, auf jeden Fall nochmal danke dafür Ähm, ja, ich hoffe, ähm, das habe ich jetzt schon zu Egal, wie gesagt, ich hoffe die Aufnahme hat euch zugesagt Ähm, wenn nicht, lasst einen Kommentar da Was könnte ich denn besser machen, weil ich bin noch nicht so weit mit meinem Mikro Ich weiß nicht, wie ich das so besser einstellen kann Also sagt mir am besten, was ich, was ich besser machen kann Und so weiter und so fort Ähm, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt, der Boy and the Vlamour ist am Start Hoffentlich das nächste Mal wieder mit dem Boy Wer weiß, ähm, zur Not hole ich mir den Boy hier nochmal Egal, so, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und haut rein, ne? Tschüss